Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir mal in gar keinem Spiel drin, sondern ihr könnt was krasses machen. Und zwar seht ihr ja schon, ihr seid gerade einfach im Kino und ich bin hier auf der Leinwand. Ja, ist das nicht cool? Ihr könnt mich einfach im Kino beobachten. Und Leute, jetzt bewegt mal euer Handy oder Tablet. Also ihr müsst ein Handy oder Tablet am besten jetzt haben. Und bewegt das jetzt mal nach links, rechts, oben oder unten. Also bei meinem Handy hat das jetzt nicht geklappt. Aber eigentlich sollte dann bei euch sich einfach der Bildschirm zu der Seite hin bewegen. Falls es bei euch nicht klappt, könnt ihr auch einfach mit den Fingern zu der beliebigen Richtung hin wipen. Dann kommt ihr da auch hin. Aber ja, ihr könnt halt einfach den Bildschirm bewegen, den ihr seht jetzt. Also ihr könnt nach hinten gucken, nach unten gucken. Gut, nach unten solltet ihr nicht gucken, weil das ist ein bisschen buggy. Aber das guckt ihr euch am besten nicht an. Aber hier vorne seht ihr mich. Da könnt ihr mich beobachten. Aber wen ihr? Ihr findet halt überall irgendwelche Sachen und das ist übel cool. Es hat auch richtig lang gedauert, bis ich das mal zum Laufen bekommen habe. So lange jetzt auch nicht. Also dass ich Jahre dafür verschwendet habe. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, zumindest. Ja. War es das mit dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Von einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja, ich hoffe, dieses Video war auch ein bisschen lustig. Dass ihr mal euch so bewegen konntet. Ich habe die Funktion einmal gesehen. Und fand es übel cool. Ja, deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.